Oh! 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 Huhu, Schatz! Na, das ist ne Überraschung, oder? Ich will dich auch gar nicht lang stören. Du hattest mir ja auf den AB gesprochen, dass es bei dir mal wieder länger im Büro wird. Und da hab ich mir gedacht, bring ich dir doch wenigstens was zu essen vorbei, wenn du schon so lange arbeiten musst, du armer. Tu einfach so, als wäre ich gar nicht da. Frikadellen. Gerade frisch gemacht. Hörtsen. Marion, ich... Ich weiß, was du sagen willst. Natürlich hab ich dir Kartoffelsalat mitgebracht. Ich weiß doch, wie gern du den magst. Du hast bestimmt einen riesigen Kohldamm. So, jetzt isst du erst mal ordentlich. Und dann geht's mit neuer Kraft weiter. Was musst du denn hier noch so lange machen? Zeig doch mal. Oh, das sieht aber wirklich kompliziert aus. Da wüsste ich ja schon gar nicht wo oben und wo unten ist. Na ja, ich hab ja eh keine Ahnung von sowas. So, dann will ich dich mal weitermachen lassen. Glaubst du denn, das dauert noch länger hier? Du, ich versuche mich natürlich zu beeilen, aber... Weiß ja, wie es ist. Man steckt nicht drin, ne? Lass es dir schmecken. Mach nicht zu lang. Nicht!